Schon vor, Lukas, du bist in der Mittelschule und deine Lehrerin heisst Glättner. Steh vor, du lernst Italienisch und da hast du in Wirklichkeit gerade Rude. Weisst du, du kennst schon so ein Promessi oder so. NAAA, du hast die FIGOTTA RUDE, die merde de culo de la Santa Lucia, dir! Der, was ihn Renzos posaren will. Hat keinen Geschmack. Weil der Renzos ist schon ein Geiler. Der Don DeCardo ist nicht geil. NAAA, Don DeCardo! Du meinst, die Frutidibasco? NAAA, hast du nicht so? NAAA! Hast du nicht Don Garcia oder sowas? NAAA, Don DeCardo! Echt du? Na, sagst du? Na, sagst du? Sagst du, sagst du, sagst du, pri... Weisst der, was Dione heiraten will? NAAA, und dann... Sagst du, dann kannst du mir gehen? Dann tut sich der reinziehen... Was? Wie hast du Dione? Der Lohre! Wie hast du denn? Der Lohre! Der Lohre! Der Lohre! Der Lohre! Der Lohre! Wie hast du denn, der Typ? Der Renzos! Der Renzos! Nein, was? Der Renzos! Ja, ich glaube, schön, Renzos! Ja, ja, Renzos! Ja, ja, Renzos!